immer eine zeitlose und diesmal werden wollen willkommen zu einem neuen video ja dieses mal geht es um die aufgabe platziere boomboxen im delivery beach und ich zeige euch direkt wo die drei sind wir müssen nur zwei aktivieren dann kriegen auch direkt 30.000 ep auf easy und entspannt ja wie ihr sehen könnt ist hier schon einiges los deswegen markiere ich das mal von euch hier oben hier unten direkt bei diesen beiden liegestöhen genau da seht ihr das kleine blaue dort ist eine boombox ja das ist die weit entfernt ist dort haben wir noch vorne direkt an der hauptbühne noch eine boombox genau hier und man kann direkt rüber gehen zu laterne ja beim ersten versuch habe ich leider nur eins geschafft wie gesagt da unten ist noch ein radio und mir direkt an der hauptbühne quasi darum wo ich drauf gucke da ist noch eine boombox und dort oben an der lampe wo jeder steht dort ist auch eine boombox die sammeln wir noch eben ein und zack wieder 30.000 ep in der tasche und jetzt lassen uns einfach nur noch killen in dem sinne ich hoffe ich kann euch helfen euer zeitlos ich melde mich ab mit bei bei